Kann das Universum unendlich sein? Ein Gedankenexperiment. Man stelle sich das Universum auf zwei Dimensionen reduziert vor. Alles kann sich jetzt nur in der Ebene bewegen. Auch im 2D-Universum ist unser Blick in die Tiefen begrenzt. Wir sehen nur unseren beobachtbaren Ausschnitt. Dahinter könnte das Universum theoretisch unendlich weitergehen. Kaum vorstellbar, aber die Rakete würde nie einen Rand erreichen. Es könnte aber auch ganz anders sein. Das Universum könnte gekrümmt sein, so wie die Oberfläche eines riesigen Balls. Dann wäre es zwar auch ohne Rand, aber nicht unendlich. Die Rakete käme irgendwann wieder zurück. Eine solch riesige Krümmung des Universums wäre im begrenzten, beobachtbaren Ausschnitt aber kaum nachzuweisen. Und tatsächlich konnten Astronomen bislang keine Hinweise darauf finden. Einmal von der Schnitte Kita schon ein paar Stunden in der Kommission Wir sehen uns beim Fernsehen. Oder wir sehen uns beim Fernsehen. Wir sehen uns beim Fernsehen. Wir sehen uns beim Fernsehen. Vielen Dank.